Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Gewinnspiel. Ja, Keksgrümel macht jetzt auch Gewinnspiele. Ich habe da so einen Code für Playstation Vita, für Spiele um genau zu sein, und ja, da ich diese ganzen Spiele selbst schon alle habe, könnt ihr sie kostenlos erwerben. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach, schreibt einen Kommentar unter das Video und der Gewinner wird am 19.11. gezogen und bekommt von mir eben den Code für diese 10 Spiele. Und um welche Spiele es sich handelt, steht in der Beschreibung. Vorsicht aber, der Code ist nämlich nur bis zum 21.11. gültig, also bis dahin müsst ihr ihn auf jeden Fall mal einlösen. Ja, dann wünsche ich euch mal viel Glück und ja, falls ihr an weiteren Aktionen dabei sein wollt, dürft ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren, so könnt ihr auf jeden Fall nichts mehr verpassen.